Oh, dieser verfluchte Baltor! Verdammt, sei sein loses Mundwerk! Kier, ich habe die Antwort seiner Majestät Kaiser. Warum erzählst du mir nicht deine Geschichte? Du suchst nach der Arche der Arroganz? Hallo, hallo, hallo! Ja, bin ich zu leise oder soll ich mich lauter machen generell? Also, ich kann es ja mal gerade einmal testen, wartet mal! Wo sind wir denn hier? Da! Keine Ahnung, wie viel, ein paar Dezibel nach oben oder so. Hallo, 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 hallo! Test 123, ist das lauter jetzt? Ich mache extra mal nix! Test 1234567 Hallo, 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 hallo! Hallo, 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 hallo! ok ich glaube es ist ein bisschen laut oder hallo 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 das test ist das war die gleiche hallo hallo test 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 wieso geht das speichert das nicht so jetzt hallo hallo test test das hat sau laut oder hallo 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 das problem ist halt dass dann echt alles laut ist hallo 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 das doch mir noch viel zu laut aber ich habe mich auch nur selbst hallo 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 ihr sahne schnitten ja ich bleibe mal so seit zehn dezibel lauter wie ich normalerweise bin es halt schon einiges also ich bin auf euer feedback angesprochen angewiesen wenn das für euch zu leise war ich muss auch gerne laut wie ihr wünscht leute ich habe meinen mein spiel halt außer leise darf man halt auch nicht vergessen keine ahnung was habe ich das ist generell nicht so laut mag ich bin auf 14 prozent gesamt lautstärke 14 prozent also ein tick leiser ok dann mache ich ich mache auf 5 dezibel das wäre so ist okay das ist die lautstärke von 5 dezibel das sind 8 dezibel aber könnt ihr mir könnt ihr mir erklären warum ich meine spiele immer so extrem leise machen muss wie könnt ihr wie könnten wie könnten ihr das auf auf 80 prozent spielen das ist auch viel zu laut da fliegen mir die ohren weg ja ich finde halt ich will da auch 50 prozent mega laut 50 prozent ja gut vielleicht habe ich tatsächlich als streamer so ein bisschen dass ich mich noch ein bisschen selber hören muss wenn man redet ich glaube das ist so ein psychologisches ding also auf 50 prozent würde ich mich nicht mehr verstehen was muss ich denn machen beten ach so was haben wir hier bekommen eigentlich war schon ordentlich tier 2 matz so notenblatt was brauchen wir denn blieb des sternen lichts ja habe ich nicht kein zutritt zu diesem ort ich kann nebenquests nicht machen weil ich ein pass für das land der versprechungen davon weiß ich nicht genauso bin ich nun mal okay pass auf wir machen ich mache es lauter sagen wir keine ahnung 50 prozenten das problem ist ich höre dann nichts mehr so pass auf wir machen wir machen hier auf 13 das ist ja die die lautstärke die ich höre so pass auf wir machen wir machen euch ein bisschen lauter dann machen wir hier keine ahnung 10 dezibel lauter hat das jetzt was gebracht so dieses somit war okay das ist entschuldigung das ist glaube ich viel zu laut ok 10 also 10 10 wird passen da das so hört jetzt mal 1 2 3 4 also man hört mich jetzt während ich skills mache jetzt ist für euch alles lauter und für mich ist es genauso laut ich ich auch